Wir sind hier, um ein bisschen über Berlin zu reden. Wir haben gedacht, wie Berlin ist ja unser Slogan hier mittlerweile geworden, bekannt überall in Deutschland zumindest. Und die Frage ist für die Kulturleute, Künstlerinnen, Kunstschaffende, wie auch immer man sie hier nennen mag, die hier bei uns versammelt sind, die aber eins eint, die haben irgendwie doch was mit dem jüdischen Sein zu tun, haben jüdische Wurzeln und da haben wir uns gefragt, was heißt das eigentlich für jemanden, der oder die jüdischer Abstammung aus dem jüdischen Kulturkreis, mit der jüdischen Geschichte hier lebt? Wie ist es eigentlich, Berlin zu sein? Und wie ist es möglich, Berlin zu sein, hier, wenn man jüdisch ist? How to be Berlin? Ich heiße herzlich willkommen, die Teilnehmerin unserer Runde. Und wir fangen an mit jemandem, die dieses Berlin ziemlich lange kennt. Und Berlin kennt sie auch ziemlich gut. Und ich sehe schon auch im Publikum einige lächeln, ganz freundlich, weil der Name Nikola Galina, für diejenigen, die mit jüdischer Kultur, zum Teil auch mit der jüdischen Gemeinde als Institution zu tun haben, die kennen Nikola. Nikola ist die Gründerin und Leiterin von Jewish Film Festival Berlin und Potsdam. Sie war vorher jahrelang Leiterin der jüdischen Volkshochschule, war aber auch gleichzeitig Herausgeberin von vielen Publikationen, darunter auch eine Publikation, die hieß Wegweiser für das jüdische Berlin 1988. Und als wir uns vorbereitet haben auf dieses Podium, da habe ich mich gefragt, was ich von Nikola hören wollte. Und wenn sie so eine Publikation herausgeben würde, heute, nicht 1988, was würde sie anders schreiben als damals? Die Stadt hat sich vollkommen verändert. Das Buch war ja im Grunde genommen ein Jahr nach Veröffentlichung schon veraltet. Ja, weil das war noch Ost-Berlin, West-Berlin, dann fiel die Mauer und dann war das Buch letztendlich etwas obsolet. Ich denke, heute wäre es vielleicht doppelt so dick, was sehr schön ist. Ganz toll. Ja, wäre eine wunderbare Aufgabe von jemand, eine Neuauflage zu machen und alles jetzt reinzutun, was es jetzt in Berlin gibt an Jüdisches. Und ich finde das sehr aufregend und ich hätte mir nie, nie erträumen lassen, als ich 1970 nach West-Berlin kam, dass die Geschichte sich so entwickeln würde. Und ich finde das einfach fabelhaft. Nikola, was genau hat sich denn verändert? Noch vor zehn Jahren, also wenn wir uns auf jüdische Kultur vielleicht fokussieren, vor zehn Jahren hast du noch gesagt in einem Interview, Berlin oder Deutschland hast du damals gesagt, ist eigentlich eine jüdische Wüste. Es gibt viel Sand und sonst nichts. Das ist nicht so lange her, zehn Jahre. Was ist das? Gibt es eine Oase jetzt im Sand oder was? Nein, da ist einfach mehr los auf diesem Gebiet. Ich hatte öfters das Gefühl, wenn, ich weiß nicht, bei jüdischen Filmfestivals war, wo Kollegen waren aus aller Welt, dass das doch sehr sparsam hier war. Und zum Beispiel, als ich nach Berlin kam, 1970, war ich im jüdischen Studentenverband und wir hatten 80 Mitglieder zwischen 19 und 35. Ich meine, heute haben die bestimmt mehrere tausend Mitglieder. Gut, manche jüdische Studentenverbände funktionieren immer noch nicht, aber das steht auf einem anderen. Egal, ob es funktioniert hat, aber es war einfach eine vollkommen überaltete Gemeinde und da waren keine jüdischen Schulen. Es war alles nicht da zu der Zeit. Und was sich getan hat durch die Zuwanderung aus der ehemaligen Sowjetunion und auch die vielen Israelis, die hier sind, ich finde es einfach, ich finde es ganz toll. Ich finde es wunderbar. Andererseits muss ich sagen, und das muss man heute Abend ansprechen, weil das irgendwie auch dazu gehört, ich finde der Umgang mit den Flüchtlingen jetzt und was hier passiert und was nicht nur aus rechter Ecke, aber auch wirklich aus Mitte der Gesellschaft kommt, absolut erbärmlich. Und ich frage mich, was ist da schiefgegangen? Dass so viele Leute so unglaublich widerliche und ekelhafte Sachen sagen und auch tun, was ist schiefgegangen in West, in Ost, dass wir diese Situation jetzt haben. Und ich finde, ja, das ist auch unser Thema. Danke, das ist ein wichtiges Thema. In der Tat, und manche Künstler jüdischer Abstammung spitzen es auch zu, Oliver Pollack hat sich gerade geäußert, in der Welt, glaube ich, wo er geschrieben hat, die Deutschen hätten 1945 lernen sollen, dass sie nicht nur mit Juden nett sein müssen. Aber das ist Oliver Pollack. Für Nikola ist Berlin jetzt mittlerweile eine Oase in der Wüste des jüdischen Lebens. Auf dem Weg. Nicht mal das, okay. Jetzt ein bisschen qualifiziert. Mirna Funk hat diese Oase verlassen, zumindest mit einem Bein hat sie sich in ein Land begeben, was wirklich eine Wüste mal gewesen ist, zumindest vom Klimatischen her. Ja, Mirna ist eigentlich im Gegensatz zu Nikola, die ja in London geboren ist, Nikola ist in Ost-Berlin geboren. Mirna ist in Ost-Berlin geboren und hat dann publizistisch gearbeitet, hat hier studiert an der HU, also wirklich ein Berliner Gewächs, hier in Berlin studiert, hat sich publizistisch betätigt, für Zeitmagazin, für Freitag, die Publikation, die hier viele kennen. Und dann passierte irgendetwas und Mirna hat beschlossen, eigentlich ist diese Oase, von der Nikola jetzt schwimmt, nichts für mich. Mirna, warum kannst du mit Berlin nichts anfangen? Na ja, also ich kann mit Berlin noch ganz viel anfangen und bin ja jetzt auch hier und bleibe jetzt auch noch ein bisschen hier. Und ich glaube, man muss das so ein bisschen differenzierter sehen. Ich bin letzten Juli nach Tel Aviv, also 2014 nach Tel Aviv gegangen, um dort an meinem Roman zu arbeiten und habe dort den Krieg erlebt und das hat dazu geführt, also nicht nur, dass ich den Krieg dort erlebt habe, sondern gesehen habe, wie die deutschen Medien mit diesem Krieg umgegangen sind, dass ich die Entscheidung getroffen habe, erst mal in Israel bleiben zu wollen und Aliyah zu machen. Und das bedeutet für mich eigentlich, zum einen ein Standbein in Tel Aviv zu haben und zum anderen aber auch eins in Berlin. Also an zwei Orten leben zu können und ja. Du hast aber dich doch ein bisschen mehr auch über Deutschland geäußert in dem Artikel, im Zeit-Magazin, hast du etwas gesagt, was darüber hinaus, also über das Thema Antisemitismus hinausgreift und das ist ein Zitat, was ich hier irgendwo auch sogar mir ausgedruckt habe, aber das kannst du ja korrigieren. Ich mache es aus meinem Kopf. Mach mal. Deutschland Deutschland ist so altglatt geworden. Also durch diese Auseinandersetzung nach dem Holocaust hat Deutschland die Ecken und Kanten verloren. So würde ich das zusammenfassen. Also es gibt irgendetwas mehr, was dich hier treibt, auch als Künstlerin, dass diese Gesellschaft irgendwie für dich zu wenig Reibungsflächen aufmacht. Also wenn ich dein Buch hier Winternähe lese, übrigens das Buch gerade rausgekommen, was sich auch mit diesen Themen beschäftigt, ist doch genug Themen zum Reiben und doch ist dir irgendwie doch nicht ausreichend. Ich glaube, mir geht es vor allem darum, was mir aufgefallen ist und was auch Teil des Buches ist, ist einfach die fehlende, so eine fehlende Auseinandersetzung und so eine fehlende Bereitschaft zum Dialog und zur Auseinandersetzung zur anderen Meinung hier in Deutschland. Also es geht oftmals darum, sehr schnell auf einen Nenner zu kommen und das ist sozusagen ein Aspekt gewesen, den ich schwierig finde, den ich schwierig auch finde im Zusammensein sozusagen, im alltäglichen Zusammensein. Das ist so ein bisschen, man darf da nicht ausscheren, man darf nicht völlig anderer Meinung sein und da findet sozusagen so ein Glattmachen statt und ich glaube, dass das natürlich viel damit zu tun hat, dass man sich mit seiner eigenen Geschichte, auch wenn man in Deutschland glaubt, man hat sich wahnsinnig mit seiner eigenen Geschichte beschäftigt, es eben dann doch nicht emotional getan hat und viele Dinge ausblendet. Und da gehe ich jetzt auch auf dich ein, Nicola. Sonst würden solche Sachen gar nicht stattfinden können, wie im Moment in Bezug auf die Flüchtlinge passieren noch vor sechs Wochen, kurz bevor mein Roman erschien. Und der erste Teil des Romans beschäftigt sich sehr mit Antisemitismus und auch mit antisemitischen Übergriffen, die ich selbst erlebt habe. Und da war immer die Frage, Mensch, haben Sie diese antisemitischen Übergriffe denn wirklich erlebt? Und dann habe ich immer gesagt, ja, die habe ich wirklich erlebt. Das kann man ja überhaupt gar nicht glauben. Haben Sie das nicht ein bisschen übertrieben? Und es gibt da einfach so einen wahnsinnig blinden Fleck, wenn es um rechte Gewalt geht, egal sozusagen, ob es sich dabei um Rassismus oder um Antisemitismus handelt. Und ich meine, das war vor sechs Wochen, vor Jebrenn, also ich meine, da werden dann Flüchtlingsheime angezündet und trotzdem sagt man, ach, ist das wirklich, hat Ihnen wirklich jemand Hitler über die Oberlippe gemalt? Also es ist schon verrückt, wie ignorant man mit den eigenen Blindenflecken und Schwierigkeiten in Deutschland umgeht. Hitlerbad, nur zur Erklärung, das ist eigentlich die Eröffnungsszene des Buches von Mirna, wo wir uns in einem Gerichtssaal befinden und dort findet eine Verhandlung statt und die sozusagen Klägerin oder Nebenklägerin oder die Geschädigte, jetzt die Juristin mir, was man sagt, nennen wir sie Klägerin, ist diejenige, die sich beschwert hat oder angezeigt hat, ihre Freunde, die ihr Hitlerbad auf ihr Foto gemalt haben und ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da gibt es viel Unverständnis dafür nach dem Motto, ja was ist denn so schlimm daran und da gibt es eine abenteuerliche Entscheidung des Richters dazu. Ich weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, was der Richter da gesagt hat. Ach so, ja, aber das ist ja Literatur. Also das, ich bin auch sehr, also mir ist wirklich auch auf einer Veranstaltung, auf einem Bild, ein Hitlerbad über die Oberlibe gemalt worden und dann auf Facebook und Instagram und so weiter geschert. Ich habe diese Person auch angezeigt, aber ich bin nicht vor Gericht gegangen. Meine Protagonisten lasse ich sozusagen stellvertretend vor Gericht gehen und was dann sozusagen vor Gericht passiert ist, erfunden. Demnach auch der Richterspruch. Also deswegen, dass es mir dann nicht passiert. Aber es hätte alles Mögliche natürlich vor Gericht passieren können, in dem Fall. Danke. Allklatt, keine Kanten, keine Ecken, ein Deutschland, was sich auch nicht sich selbst stellen will. Das ist die Perspektive einer hier geborenen ostdeutschen Schriftstellerin. Olga Grasnowa ist nicht hier geboren. Die ist in Baku geboren, am Kaspischen Meer und kam erst mit elf nach Deutschland und erst mit elf Deutsch gelernt. Und zwar so gut, dass sie jetzt alle Literaturpreise abräumt. abräumt. Zuletzt von der Bosch-Stiftung Kamisso-Preis für Förder, also ein Förderpreis für Jüngere stimmen mit diesem, ich weiß nicht, mit diesem Buch wahrscheinlich, die juristische Unschärfe einer Ehe. Das ist das letzte Werk, was verfügbar ist. Olga, du hast ja natürlich ganz andere Erfahrungen mitgebracht und du hast ganz andere Erfahrungen gemacht, auch unter anderem auch als jetzt juristisch gesehen jemand fast Flüchtling, ein Kontingent Flüchtlinge, da sind die jüdischen Zuwanderer. Ich habe das Gefühl, du magst Berlin, du badest in diesem Berliner Bubble. Du bist bei Gorki, in einer Atmosphäre, in einer Situation, wo alle irgendwie einen bunten Hintergrund haben im Gorki-Theater. Du hast da persönliche Beziehungen unterschiedlicher, vielfältiger Art. Teilst du diese skeptische Beurteilung von Berlin als Ort für kreatives Leben einer jüdischen Künstlerin? Ich muss vielleicht noch mal viel früher anfangen. Nach Deutschland zu kommen war für uns keine Entscheidung, es war einfach die einzige Möglichkeit. Damals, glaube ich, für die meisten Juden aus der Sowjetunion, man hatte die Wahl, entweder man zieht nach Russland, also man in Teilrepubliken aufgewachsen ist und dann, Russland war natürlich nicht die beste Idee in unserem Fall oder eben nach Israel und da gerade der Golfkrieg ausgebrochen ist, war Israel auch nicht unbedingt die allerbeste Idee und dann blieb nur Deutschland. Also Deutschland war für niemanden der Wunschtraum Nummer eins oder überhaupt auf der Landkarte und dann sind wir in Wien Deutschland hängen geblieben. Aber das war nicht so, dass ich jetzt entschieden hätte, wunderbar, Deutschland ist das beste Land, großartig, wir gehen da jetzt als Juden hin. Also weit davon entfernt, das war einfach die einzige legale Einwanderungsmöglichkeit. Und irgendwie bin ich, wie glaube ich, sehr viele meiner Generationen in Berlin hängen geblieben. Aber man sieht, dass du es genießt, hier zu schreiben, zu sein, deine Bücher, dein letztes Buch ist über Berlin. Ja, ich meine, Berlin ist immer einiges besser als die hessische Provinz, wo ich dann gelandet bin. Das war Frankfurt, oder? Ja, das war 50 Kilometer vor Frankfurt. Und wie ist es, wenn man nach Berlin kommt, gerade aus deiner Situation heraus? Wie hast du es erlebt? Meine Situation ist extrem privilegiert. Also jüdische Konsigenzflüchtlinge hatten von Anfang an einen unbegrenzten Aufenthaltsstatus. Und das kann man bei weitem nicht vergleichen mit den Flüchtlingen, die jetzt ankommen. Da kann ich auch dem vorher gesagt nur zustimmen. Die Stimmung in Deutschland wird immer schlimmer. Also nicht, dass es jemals gut gewesen wäre. Es war einfach viel, unglaublich viel latenten Rassismus und latenten Antisemitismus, der immer in der deutschen Gesellschaft vorhanden war. Die Entnizifizierung hat mich so deutlich weit gegriffen. Und auch da kann ich Oliver Pollack nur zustimmen. Also wobei, ich glaube auch nicht, dass die Deutschen um den gelernt hätten, so wahnsinnig nett zu Juden zu sein. Man hat sich nur ein bisschen verbal ein wenig besser im Griff. Aber was zum Beispiel auch heute vorgeht, die Situation wird immer schlimm und dann gibt es immer noch dieses Märchen in Deutschland, nie wieder Holocausten, wir tun alles, um das zu verhindern. Aber was gerade vorgeht, spricht dagegen. Auch von der Politik, also nicht nur auf den Straßen, was die rechten Parteien machen, der rechte Mob, auch zum Beispiel die deutsche Politik. Syrer bekommen zum Beispiel in keiner einzigen deutschen Botschaft mehr ein Visum. Und das erinnert mich sehr in die Geschichte meiner Großmutter vor 70 Jahren. Da hat sich nicht so viel getan. Ja, ein trauriges Bild, was wir hier abgeben. Alexander Isken. Alexander Isken ist mit zwei Jahren nach Deutschland gekommen, und zwar aus Moskau. Er muss nicht einschalten, ist an. Und der ist in der niedersächsischen Provinz gelandet, nämlich irgendwann in Goslar, wo er zuerst mal auf dem Wege war, Tischtennisprofi zu werden, würde ich sagen. Der ist Leistungssportler. Übrigens drei Goldmedaillen bei den letzten Makabiespielen. Zwei. Zwei. Du hast mir drei gesagt. Zwei. Trotzdem viel Applaus. Und dann ist aber etwas, fast wie ein Wunder klingt das. Also das Wunder ist, dass es einen Kaiserringpreis in Goslar gibt. Das wusste ich zum Beispiel nicht, aber dieser Kaiserring ist wohl irgendwie ein Treffen von allen verschiedenen Künstlergrößen. Und dieser Preis wurde verliehen mal an David Lynch. Und dabei waren Herbert Volkmann und Jonathan Mese. Bekannte Performance-Künstler, die hier in Berlin leben. Und dort haben sie einen jungen Russen, wir sind ja alle Russen hier, diejenigen, die aus Russland kommen, entdeckt. Und seitdem gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit, oder gab es eine sehr enge Zusammenarbeit mit den beiden. Mit einem ist es weiterhin ein sehr enges Verhältnis, so wie ich das verstanden habe, auch aus den Interviews. Herbert Volkmann ist ja vor kurzem verstorben. Galerie Sechsauer ist sozusagen deine Galerie und Promoted Alexander. 2014 gab es schon die erste große Einzelausstellung. Und im Sommer 2016 ist die nächste. Ein Maler, sozusagen. Man könnte dich doch als Rising Star der Kultur- und Kunstlandschaft, jüdischen Kunstlandschaft hier oder deutschen Kunstlandschaft hier nennen. Und die Frage an dich, ich möchte gerne sozusagen dieses Thema, auch wenn es schwer ist, die jetzige Flüchtlingslage, die ja wirklich dramatisch ist, erst mal außen vor lassen. Und ich möchte von dir hören, wie es ist. Also erstens, empfindest du dich überhaupt als jüdischer Künstler? Das ist ja die Frage, die eigentlich vorgelagert ist für unsere Diskussion. Und wenn ja, was tut es mit dir und was tut es mit Berlin? In erster Linie empfinde ich mich als jüdischen Künstler. Ja, ich empfinde mich als jüdischen Künstler. Ich bin nicht religiös, aber ich nehme das wahr als Information, als Herkunft. Ich denke, dass die Identitätssuche, die ich vollführt habe in meiner Kindheit, also jüdischer Russen in einer Provinz, einzige jüdische Familie, dass das irgendwie eher mein Gebiet ist, nicht das Judentum an sich. Ich war irgendwie in meiner Kindheit nie so richtig sicher, wo ich eigentlich hingehöre. Und genau, ich war halt meistens in der Sporthalle, habe Plastikbälle in und her gespielt und das war eigentlich mein ganzer Lebensinhalt. Also viel mehr gab es da nicht. Und irgendwann kam dann die Kunst dazu. Dabei bin ich auf Jonathan Mese und Herbert Volkmann aufmerksam geworden. Jonathan Mese ist natürlich bekannt für sein Spiel mit der deutschen Geschichte, also die Absurdität, die Darstellung der Absurdität der deutschen Geschichte. Und ich fand es erstmal total interessant, bei dieser Ausstellung, wo ich die beiden kennengelernt habe, dass er zum Beispiel Hitler gespielt hat. Das hat mich irgendwie gereizt. Genauso wie Herbert Volkmann, der so ganz radikale Drogenbilder gemalt hat, zum Beispiel ein Bild, das heißt Nazis on Speed, wo er seine Drogen- und Kokainsucht thematisiert hat und ein Hitler-Kopf umgedreht anstelle einer Badezimmer-Lampe hängt und da drin sind die ganzen Heroin-Spritzen. Das hat mich irgendwie total gereizt und deswegen habe ich ihn damals angesprochen und bin so nach Berlin gekommen. Nicht aufgrund der jüdischen jüdischen Schiene, sondern weil ich irgendwie was Neues gesucht habe. Das, was Alexander erwähnt hat, dieses Spiel sozusagen Reaktion auf Reaktion auf ein Kunstwerk. Ich habe das Gefühl, dass das auch etwas, womit du dich beschäftigst, auch über das Kunstwerk, also über dieses Buch hinaus. Du hast ja bei einem Gespräch letzte Woche gesagt, für dich beschränkt sich die künstlerische Erfahrung und die künstlerische Performance nicht auf das Buch, sondern auf alles, was davor und danach passiert. Was haben sie dir die Reaktion auf das Buch und die Interaktion mit dem Publikum in letzter Zeit gezeigt? Also vor allem, was danach passiert. Das war für mich natürlich total spannend zu sehen, wie geht man hier mit diesem Thema um. Also dieses Thema ist ja nicht nur Antisemitismus im Roman, sondern eben auch der israel-palästinensische Konflikt und die Komplexität dieses Konfliktes. Und was mir vor allem aufgefallen ist in den letzten Wochen, seit der Roman erschienen ist, sind natürlich Dinge, die anscheinend, die man gut aushalten kann und deswegen auch thematisieren in den Interviews. Interessanterweise wurde viel das Thema Antisemitismus auch angesprochen. Und das fand ich sehr aufschlussreich, damit hätte ich jetzt so nicht gerechnet. Der Krieg, der Gaza-Krieg des letzten Jahres, der doch einen großen Rahmen irgendwie in diesem Buch hat, wurde also überhaupt nicht angesprochen. Also wie hat sich das angefühlt, dort zu sein? Wie war dieses Erlebnis? Es wurde letztes Jahr in den Medien wahnsinnig viel darüber gesprochen. Aber was ganz schwierig ist, scheinbar ist, die Reflexion darauf, wie denn darüber gesprochen wurde. wurde. Also das ist ja genau das, was ich im Roman thematisiere. Über den Krieg. Genau. Also wie wurde über den Krieg gesprochen, in was für einer Art und Weise. Wie hat man auch in den sozialen Netzwerken sozusagen sich positioniert. Und jetzt mal die Frage zu stellen, warum eigentlich, warum formulieren wir bestimmte Titel von Artikeln in deutschen Zeitungen so und so? Also warum ist dann Israel der Aggressor? Warum gibt es eine große Identifikation mit den Palästinensern? Was hat das mit unserer eigenen Geschichte zu tun? Gibt es eigentlich auch ein Gefühl von Verantwortung in Deutschland für die Palästinenser aufgrund sozusagen der Geschichte? Also all diese Sachen, die ich mir natürlich auch gewünscht hätte und die ein großes Thema in diesem Roman sind, sind ausgeklammert worden. Und das finde ich, also das ist, finde ich natürlich spannend. und das war auch das Spannende für mich zu sehen, was wird sozusagen ausgeklammert und was wird ausgehalten. Olga, eine Frage an dich? Das war bei meinem ersten Roman übrigens genauso, der spielt auch zum Teil in Israel und Palästina und das war, das Thema wurde null behandelt. Interessant. Migration, ja, wo ich überhaupt nicht dachte, dass es darum geht. Das ist der Roman, der Russe, der ist einer, der Bergen liebt. Einer, genau. Ah, interessant, okay. Also das kam überhaupt nicht vor. Komisch, oder? Also fandst du das nicht, also ich fand das, ich hätte zum Beispiel nicht damit gerechnet, dass alle mit mir unbedingt jetzt über Antisemitismus sprechen wollen. Also ich habe mir schon gedacht, okay, aber ich hätte schon gedacht, dass man sozusagen, dass jetzt, du warst ja da und jetzt erzähl doch mal oder so und wir sind ja nur hier und oder vielleicht verstehen wir, ist es wirklich diese Komplexität, kriegen wir nicht verstanden oder irgendetwas. Man will das nicht wissen. Man weiß es schon alles. Man weiß es schon. Man weiß es. Man weiß, wer die Guten sind oder wer die Bösen sind und sie machen die Leute nur verrückt mit irgendwelchen anderen Ansichten. Olga, und was machen wir damit? Also ich meine, du schreibst ein Buch, ein Drittel des Buches spielt in Israel und dann findest du dazu nichts in der Presse oder wenig. Also was bedeutet es für dich als die Mutter dieses Werkes? Ja, es war für mich sowieso sehr viel überraschend bei der Veröffentlichung des ersten Romans. Ich dachte zum Beispiel auch nicht, dass es autobiografisch gelesen werden würde. Also und zwar eins zu eins, aber jetzt habe ich gelernt, sobald es eine Frau ist und eine Ich-Perspektive, war es das? So bei mir ist es nicht mal eine Ich-Perspektive und alle fragen, und Hannah, Gershom, alles noch okay bei denen. Na ja, die gibt es nicht. Und welche anderen Überraschungen? Und dass es halt wirklich so stark auf das Migrationsthema zugespitzt wurde, was eigentlich, finde ich, in meinem Buch gar nicht so eine große Rolle spielt. Wobei, du spielst schon bewusst mit verschiedenen und vielfältigen Identitäten. Das machst du ja auch in deinem zweiten Buch. Ja. Du lädst gewissermaßen dazu ein, darüber auch ins Gespräch zu kommen. Also in dem zweiten Buch, vielleicht für diejenigen, die das noch nicht gelesen haben, kann ich auch nur empfehlen, genauso wie Winternähe. Also die juristische Unschärfe einer Ehe. Da geht es um verschiedene, auch Spiel mit Identitäten, sowohl ethnischen, kulturellen, sexuellen Identitäten. Da geht es um eine Dreierbeziehung. Ich sage nicht, wie es endet. Also ein Versuch einer interessanten Dreierbeziehung aus verschiedenen kulturellen Hintergründen heraus. Also tun wir das nicht selber, bitten wir nicht danach, uns in einer Schublade zu stecken. Ja, natürlich. Aber wenn man schon so nach einer Schublade schreit und Pristina und Israel irgendwie in ein Buch reinpackt, erwartet man irgendeine Reaktion. Die Schublade wurde dann nicht aufgemacht. Es ist halt auch interessant, welche Schubladen dann zubleiben. Warum glaubst du, ist das so? Es gibt viele Gründe, aber es ist, glaube ich, für die jetzt zu weit. Es ist natürlich immer noch eine sehr, also wenn es deutsche, weiße Kommentatoren sind, das ist ein Fass, das man nicht aufmachen möchte. Aus vielfältigen Gründen. Also man ist sich natürlich dann angegriffen fühlt und dann ist es natürlich, wenn es auch noch ein jüdischer Autor ist dahinter, dann will man sich gar nicht erst damit auseinandersetzen. Und was ist, wenn man in gar keine Schublade will? Also gibt es hier jemanden, kann man heutzutage ein jüdischer Künstler in Berlin sein oder Künstlerin, ohne über Identität zu schreiben, über Geschichte zu schreiben oder über Israel zu schreiben? Oder kann man, also oder zu malen? Ich meine, Alexander, du malst doch auch nicht über Israel. Ja, ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, das Jüdischsein zu thematisieren oder die Religion zu thematisieren, weil Religion ist für mich ziemlich Nostalgie besessen. Ich möchte irgendwie die jetzige Gesellschaft darstellen, in der ich mich befinde und irgendwie versuchen, abseits von Religion die Gesellschaft wahrzunehmen, abseits meiner Informationen, woher ich eigentlich komme. Und gerade Berlin ist eine Stadt, wo eigentlich ganz, ganz viele Leute momentan hinziehen, wo ganz, ganz viele Kulturen hinziehen, wo es unglaublich viele unterschiedliche Wirklichkeiten auf einem Ort zusammentreffen, ganz, ganz viele junge Leute, die sich von der Stadt irgendetwas erhoffen, unendlich viele Strömungen, Musikströmungen, Kunstströmungen, was weiß ich, alles. Und das ist eigentlich das Interessante an der Stadt. Das ist eigentlich dieser Wunsch, irgendwas zu sein und irgendwer zu werden. Und das thematisiere ich zum Beispiel ohne das Judentum dabei in Acht zu nehmen. Aber hat das einen Impact auf dich? Ich meine, für deine innere Einstellung, innere Entwicklung? Du bist in einer Stadt, die ja für Juden eine bestimmte Konnotation hat. Ja, vielleicht hat es in irgendeiner Form einen Input, und zwar in dem, dass ich mich eher auf die anderen konzentriere, anstatt auf mich selber. Also, dass ich meine Identität außen voll hast und mich für andere Identitäten und andere Wirklichkeiten viel mehr interessiere als für meine eigene, weil ich irgendwie damit nicht so richtig konfrontiert werden möchte. Ich wollte noch kurz auf etwas eingehen, was du in deinem Buch auch darstellst, und zwar, dass jüdisch sein in Berlin und außerhalb von Berlin oder in Deutschland nicht so einfach ist, weil einerseits ist man hier konfrontiert mit bestimmten Vorurteilen, mit bestimmten Erwartungen, Projektionen, denen du ausgeliefert wirst, einerseits, und andererseits, wenn du nach Israel gehst oder in die jüdische Gemeinde sehr häufig, dann wirst du in bestimmten Situationen dich auch nicht wohlfühlen, zum Beispiel, wenn du väterlicherseits jüdisch bist. Also, es gibt, es ist man, ich habe das Gefühl, als ich das Buch gelesen habe, das war über so einen Zustand des Gefangenseins zwischen allen verschiedenen Welten, die alle auf dich alles abladen, was entweder in der Geschichte oder in der Gegenwart passiert. Wie geht man damit um? Ach, ich glaube, wichtig ist, sich dessen bewusst zu sein, sich damit auseinanderzusetzen. Auf der anderen Seite aber auch, finde ich, was ganz Besonderes zu verstehen, dass es ganz viele gibt. Also, es gibt ganz viele, die keine jüdische Mutter haben, aber einen jüdischen Vater und dann jeweils immer von dem Gegenüber bestimmt werden und die Identität bestimmt wird. Und es gibt da eben, also, wir alle haben da, tragen sozusagen, dieses Schicksal, irgendwie nicht genug zu sein oder was auch immer und trotzdem aber Identität mitbekommen zu haben und was ich als schöne Erfahrung machen konnte, ist die, die wirklich, die Auseinandersetzung sozusagen mit mit anderen, denen es ähnlich geht und dann und dann guckt man sich so an und sagt, naja, was soll man das machen? So ist das eben. ja, also und das denke ich ist sozusagen eine Form damit gut umzugehen und eben auch zu verstehen, ist das jetzt wirklich wichtig für einen oder nicht wichtig für einen? Olga nennt es kulturelle Performance, also jüdisch sein als kulturelle Performance. Was meinst du damit? Das ist auf jeden Fall in einem anderen Zusammenhang auch gestellt. Also es ist einfach nur, was ich damit meine, ist es nicht unbedingt religiös zu sein und tatsächlich an Gott zu glauben oder an tatsächlich alle Rituale so zu tun, wie es auch gemeint wäre. Also zum Beispiel jetzt natürlich, wenn ich meine Großeltern auf dem jüdischen Friedhof besuche, dass ich da Steine hinlege oder natürlich dann auch bei oder auch bei den Feiertagen natürlich feiern wir sie, aber das ist nicht unbedingt religiös motiviert, sondern es ist einfach nur etwas, was kulturell von einer Generation zur nächsten weitergegeben wurde in der Familie, aber es hat nichts mit der Religion zu tun. Und bei mir war es auch immer mit dem Judentum, es war immer eine andere Fragestellung als bei mir. Ich komme auch aus einer gemischten Familie, aber bei mir war das zufälligerweise die Mutter, die jüdisch ist. Deswegen haben sich für mich ganz viele Fragen nicht gestellt. Aber ich habe auch sehr viel Familie in Israel und wir haben da zum Beispiel, also da haben wir zum Beispiel sehr viele angeheiratete, oder Verwandte, für die es extrem wichtig war. Also die sind überhaupt nicht jüdisch, sondern haben sich damals Dokumente machen lassen, also wie es für viele, weil es einfach die einzige Möglichkeit war, auszuwandern. Und sie haben sich jetzt in solche, sie haben sich zum Beispiel sehr gewandelt und sind auch jetzt gute rechtsextreme Siedler geworden, wobei es natürlich auch nie mehr erwähnt wird, dass sie eigentlich gar nicht jüdisch sind. Also ich bin eigentlich die einzige in der Familie, die sie noch darauf aufmerksam macht, dass sie mal wieder eine große Rede gegen Palästina halten. Genau, also in meiner Familie ist das ganz anders gelegt, also das Problem mit dem Judentum. Hast du das Gefühl, dass in diejenigen Künstlerinnen und Künstler, die, sagen wir, mit dem russisch-jüdischen Hintergrund hierher kommen, dass sie etwas eint, was bei anderen vielleicht jüdischer Abstammung hier nicht der Fall ist? Naja, das ist ja sowieso so ein sehr kompliziertes Thema mit den russischen Juden. Uns wurde ja mal vorgeworfen, wir sind nicht jüdisch genug. Von den Gemeinden war das ganz oft. Also hier in Deutschland. Ja, von den jüdischen Gemeinden vor allem. Es gab wahnsinnig viele Probleme, als man damals in die Gemeinde wollte. Das ist wirklich eine epische Geschichte, weil es auch sehr viele Missverständnisse auf beiden Seiten gab. Auch in der Sowjetunion war Judentum vor allem eine Frage der Nationalität. Also es gibt zwei Paragraphen im Pass in der Geburtsurkunde. Es war die Staatsangehörigkeit sowjetisch, Nationalität jüdisch. Und deswegen war es auch für viele Juden, die eben aus dem Raum kommen, das ist eine ganz andere Fragestellung als für diejenigen, die hier sind. Und das Judentum war immer viel natürlicher. Also man musste sich nicht so viele Fragen stellen, was hier im Pass steht. Und weil man auf der Straße immer wieder als jüdische Sau beschimpft wird. Ist deine Literatur ein Teil deiner jüdischen kulturellen Performance? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Also es ist halt für mich natürlich immer ein willkommendes Thema. Aber ich glaube, das passiert eher, als dass es geplant ist. Ist dein Buch auch nur einfach so passiert? Das ist auch einfach nur so passiert, ja. Also das war nicht geplant, sondern habe ich plötzlich angefangen zu schreiben und ich hatte das Gefühl, es gab sozusagen eine Geschichte und es gab auch Protagonisten, die plötzlich also sagten, hör zu, wir sind jetzt in deinem Buch und so, mach mal, schreib mal was. Und während sozusagen sich diese Geschichte entwickelte und dieser Protagonist plötzlich irgendwie an die Tür klopfte und der andere und bildete sich plötzlich diese Geschichte und diese Fragen und natürlich ist man Teil davon, also eigene Fragen, Spinnerin eine Rolle, aber eben auch Fragen, die diese Protagonisten plötzlich an einen stellen. Wie war das früher, Nicola? Gab es, wir wissen ja alle, dass natürlich jüdische Menschen und jüdische Künstler, die hier in Deutschland wohnen, wir sind in einer Projektionsfläche, also wir als Juden, ich bin ja jetzt kein Künstler. Das wurde früher ziemlich manifest behandelt und so eingesetzt. Gibt es da eine Entwicklung zu einer Selbstverständlichkeit der jüdischen Kulturschaffenden als deutscher Kulturschaffender, als Berliner Kulturschaffender und nicht nur als Projektionsfläche oder um Erwartungen zu bedienen? Ich denke, es ist entspannter, weil die auch jünger sind. Wenn das Leute waren, die erste Generation nach dem Krieg, das war dann noch, wie sagt man, noch krampfiger sozusagen. Aber ich denke, bei den jungen Leuten, die ich hier sehe, ich denke, das ist wieder eine Generation weiter. Und das entschärft sich langsam. Aber es ist, ich meine, man hat einfach als Hintergrund eine extrem traumatische Situation für beiden Seiten. Und ich finde immer dieses Gespräch, dieses thematisieren von normalen Beziehungen zwischen jüdischen und nicht jüdischen Leuten in Deutschland und so, es gibt erstmal keine normalen Beziehungen. Es kann es gar nicht geben, weil das Verbrechen so immens war, dass es beide Seiten auf Generationen beschäftigen wird. und es wird noch sehr lange dauern, bis man besonders von deutscher Seite ein bisschen mehr versteht. Ich meine, ich mache seit 21 Jahren ein jüdisches Festival in Berlin und seit zehn Jahren in Brandenburg mit einbezogen Potsdam und Umgebung und es gibt noch immer ganz viele Leute, die überhaupt nicht verstehen, was ein jüdisches Filmfestival ist. Nein, das sind nicht die Regisseure, die jüdisch sind, es ist nicht ein israelisches Filmfestival, es ist auch kein Filmfestival von Holocaust-Filmen, das ist ein Filmfestival, wo das Thema des Filmes jüdisch sein muss, in irgendeiner Form. Und es gibt über 200 jüdische Filmfestivals in aller Welt und es ist was ganz Normales, außer hier, wo immer Leute kommen und sagen, ja was ist denn das und kann man dann als Nicht-Jüde überhaupt hin? Diese Frage höre ich auch öfters. Das ist auch schon sehr erstaunlich. Du hast ja ein ganzes Band herausgebracht, was ist jüdischer Film? Genau, das haben wir vor zehn Jahren gemacht und das war auch sehr schön. Was war die schönste Antwort dort? Oh, ich weiß nicht, ja von einer Kollegin von mir aus München, die sagt, ja das ist das Publikum, wenn das Publikum da und dazwischen redet und redet und isst und trinkt und so weiter und sehr laut ist, dann ist es ein jüdischer Film oder sowas. Okay, wir haben kein jüdisches Publikum heute hier, Kompliment. Nein, die sind alle ganz brav. Ja, genau. Es gab ja noch eine sehr amüsante, wenn auch für manche beleidigende Antwort von Peter Stein aus San Francisco, aber ziemlich witzig eigentlich in ihrer Knappheit, die Antwort, wo er gesagt hat, wo er das verglichen hat mit Pornografie. gesagt hat, ich weiß nicht, was es ist, aber ich erkenne es, wenn ich es sehe. aber er hat, er hat glaube ich auch gesagt, ein berühmtes Zitat von jemand anders, aber ja. Ein jüdischer Film ist deswegen jüdisch, weil die Mutter vom jüdischen Film jüdisch ist. Und da sind wir wieder bei dem Thema, sozusagen mütterlicher oder väterlicherseits. Ja, wie man das definiert, ja, ob es nur über die Mutter geht. Ich meine, in Amerika sind die viel, viel weiter und in ganz vielen jüdischen Gemeinden sieht es da ganz anders aus und da ist es gleichberechtigt, ob jüdischer Vater, jüdische Mutter. Das ist auch, was ich meine, ein bisschen mit eine jüdische Wüste hier, dass die Entwicklung auf vielen Ebenen noch sehr hinterherhinkt zu anderen Sachen, auch im religiösen Leben und das wird sich, glaube ich, hier nicht ändern, weil da auch eine große Angst herrscht in den Gemeinden, eine Riesenangst herrscht, irgendwas zu ändern und es gab mal vor einigen Jahren gab es einen jungen Rabbiner aus Amerika, der sich vorgestellt hat, hier in einer Synagoge und hat auch den Gottesdienst gesehen und hat nachher bei einem Abendessen gesagt, das war eine eingefrorene Gottesdienst und es ist, ja, es ist alles ein bisschen eingefroren hier. Es taut langsam, langsam, langsam mit unterschiedlichen neuen Sachen auf, aber es wird sehr lange dauern, weil da ist auch sehr große Angst vor Veränderungen, vor was anderes machen, und hat auch was damit zu tun mit der Geschichte der Leute, die in diesen Ämtern, man kann sie nicht verurteilen dafür. Ja, ich denke, wenn man einfach zu viel mitgemacht hat, dann will man, Gott verdammt, noch keine Änderung mehr, es bleibt so, wie es ist und das, ja, es ist manchmal schwierig und ich finde es sehr problematisch, solche Einstellungen. Wie wird euer Werk von der jüdischen Seite perzipiert? Also gibt es da Erfahrungen, ich meine, das, was Olga zum Beispiel schreibt, ist ja auch ziemlich provokant für viele jüdische Herkunft, also ich meine, das Buch eigentlich ist eine Provokation für sowohl deutschsprachige Juden, wenn sie ein bisschen orthodox und konservativ sind, als auch für russischsprachige Juden, die sozusagen ihrer sowjetischen Erziehung schon konservativ sind, da ist viel Homosexualität, undurchsichtige Liebesbeziehungen, alles mögliche, ist da auch ziemlich ehrliche Szenen, bei dir übrigens auch. Gibt es da irgendwelche Reaktionen von der jüdischen Seite? Merkwürdigerweise sind sie meistens sehr positiv, aber das liegt daran, dass wir den Abend in jüdischen Gemeinden meistens damit verbringen, dass ich auf russisch mein Buch zusammenfasse. Und da lässt du bestimmte Aspekte aus? Nein, ich erzähle das alles und dann diskutieren wir darüber, was eine normale Ehe ist oder nicht. Was ist? Was eine normale Ehe ist oder was nicht, aber meistens einigen wir uns auch ganz gut. Okay, aber musst du dich dann auch sozusagen auf Deutsch und ins Russische selbst übersetzen? Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Das Problem ist, wir hatten einmal einen Abend, da sollte ich lesen, zusammen mit Alissa Ghaniwa in der jüdischen Gemeinde in Freiburg. Da war die Besetzerin von Alissa Ghaniwa auch noch da. Es ist eine sehr kompetente, sehfähige Frau, aber auch sehr überambitioniert. Sie wollte leider wirklich eine richtige Lesung machen und hat auf Deutsch erst mal 15 Minuten gelesen. Damit war der Abend vorbei und wir wurden gebeten, nicht mehr uns ab. Also einfach, wir sind dann nicht mehr dazu gekommen zu lesen, sondern Alissa hat noch ein bisschen auf Russisch gelesen. Ich habe dann gar nicht mehr gelesen, sondern noch zusammengefasst. Zusammengefasst und dann diskutiert oder war die Zusammenfassung ausreichend? Es ist auch meistens eine Diskussion, das ist eher ein Austausch von Erlebnissen. Ich weiß nicht meinen, sondern vom Publikum her. Wie im jüdischen Filmfestival wahrscheinlich auch nur, dass die Leute, das Licht ist an und alle erzählen. Und wie waren die Reaktionen auf dein Buch? Da kann ich mir vorstellen, gibt es viel Positives wahrscheinlich? Toll, endlich jemand, der sagt, wir leben hier wirklich, wir leiden unter Antisemitismus? Geht so. Also eigentlich hat außer, also ich habe jetzt, also medial sozusagen, nur mit der jüdischen Allgemein, da gab es ein Interview, das war sowieso generell etwas, was mir aufgefallen ist. Also es gab sehr viele Interviews, wenig Kritiken. Ich glaube, das liegt auch einfach, also nicht wenig Kritiken, es gab auch viele Kritiken, aber man hat am Anfang sehr stark auf Interviews sozusagen gesetzt, glaube ich, einfach, um da auf der sicheren Seite zu sein. Also wenn man den Autor sprechen lässt, dann kann man nicht so viel falsch sagen, quasi. Und generell ist es jetzt so, dass ich von Lesern her da jetzt kein, also da hat man jetzt, ich bekomme jetzt keine E-Mails, ich bin auch Jüdin und danke für dein Buch oder so. Also das habe ich jetzt so nicht, ich hatte eher das Gefühl, dass es wirklich doch von den Deutschen, die dann eben offen sind, dafür, für die Themen und für die Schwere auch des Themas, auch, also die waren dann sehr dankbar dafür, dass ich bestimmte Sachen so ausgedrückt habe und so geschrieben habe, wie sie die eben als Deutsche empfinden. Alexander, mit deiner, deine Erfahrungen, also du bist ja quasi als guter sowjetischer Junge erstmal so Sport auf Leistung getrimmt, das ist auch etwas, übrigens, was man bei Olga in Büchern immer wieder findet, bei deiner Beschreibung von Laila zum Beispiel, von der aserbaidschanische Zuwanderin, die hier aufwächst, die von wirklich jungen Alter her auf Leistung, 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 Balletttänzerin, Tischtennisspieler und plötzlich ist der Tischtennisspieler in Berlin und lebt auch irgendwie so komisch mit einem heroinsüchtigen Performancekünstler, wie wird das perzipiert? Also, eins muss ich sagen, hier wird ganz viel über Antisemitismus geredet und auch, dass sowas ähnliches wie der Holocaust bevorsteht, ich kann damit irgendwie überhaupt nicht, also ich komme, ich weiß gar nicht, was damit gemeint ist, weil ich nie Antisemitismus gespürt habe, weil ich nur liebevolle Menschen um mich herum habe, die total nett zu mir sind und ich hätte irgendwie ich weiß gar nicht, über was hier so richtig gesprochen wird. Das ist jetzt erstmal Punkt 1, Punkt 2 ist so ein bisschen das was war die Frage nochmal, Entschuldigung? Inwiefern sozusagen dein künstlerischer Wahl, also deine biografische Wahl in Richtung Kunst und du bist ja jetzt auch immer mehr präsenter und öffentlicher, wie wird das in den jüdischen und gerade russischsprachigen jüdischen Kreisen perzipiert? Erstmal gar nicht, ich habe überhaupt nichts mit jüdischen Leuten zu tun bis jetzt, das ist die erste Veranstaltung, wo ich mit jüdischen Leuten zu tun habe. Herzlich willkommen. Also was jetzt mit Kunst zu tun hat. Ich habe vorher nur Sport gemacht und deswegen bei Makabi, aber jetzt nichts in kultureller Hinsicht oder so. Deswegen hat das jetzt in erster Linie gar nichts damit zu tun. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank. Also die letzte Frage, die ich jetzt in die Runde reinwerfe, ist die Frage der Sprache und das ist etwas natürlich, was eigentlich drei Viertel des Podiums unmittelbar betrifft. Na, vielleicht. Dass wir eigentlich in einer Sprachumgebung, in einem Sprachumfeld leben, was wir nicht als Kinder mitgebracht haben. bei Nikola ist das vielleicht schon so, weil deine Eltern in England schon Deutsch gesprochen haben, aber das ist auf jeden Fall nicht sozusagen die natürliche sprachliche Umgebung für die öffentliche Betätigung in erster Linie. Und bei Olga im Buch, ist also vor allem im ersten Buch, ist ja die Protagonistin jemand, die sich wirklich mit Sprachen polyglot beschäftigt. Sie spricht französisch und italienisch und alle möglichen Sprachen. Was bedeutet es für Künstler, die nicht aus Berlin sozusagen biografisch kommen, hier im deutschen Sprachraum anzukommen? Gibt es da Hürden oder fühlt man sich absolut zu Hause? Oder gibt es da Erlebnisse, die einem zeigen, das hat ja mit dem Jüdischen weniger zu tun, aber mit dem Migrantischen sehr häufig, dass man vielleicht nicht hier wirklich zu Hause ist oder ist das nicht mehr das Thema? Mittlerweile gibt es in Berlin diesen Luxus, dass man Deutsch nicht unbedingt sprechen muss, sondern auch mit Englisch ganz gut vorwärts kommt. Das ist zum Beispiel mein Mann in Syrer, der ist seit 2012 in Deutschland, der hat sich noch nicht bemüht, Deutsch zu lernen. Also der hat dreimal nach einem großen Ehestreit angefangen, einen Kuss zu machen, aber... obwohl er selbst Schauspieler... Ja, der spielt jetzt in Englisch. Der spielt in Englisch, auch im Gorki-Theater, wenn ich das richtig verstehe. Ich glaube, der hat jetzt zwei deutsche Sätze. Und das kriegt er hin? Mal schauen. Wie war das für dich, Nicola? Du bist in der Zeit hierher gekommen, wo es vielleicht nicht selbstverständlich war mit Akzent oder wie auch immer. Nein, bei mir war es eigentlich sehr komisch, weil ich alles verstand, aber nichts sagen konnte. Und ich habe, denke ich, ein gutes Jahr gebraucht, bis die Sprache wieder kam. Weil ich das nicht mehr sprach. Ich bin mit sechs oder fünf eingeschult worden in England und da sprach ich überhaupt kein Deutsch mehr. Man will sich ja anpassen, man spricht nur Englisch. Die Eltern haben beide Englisch und Deutsch gesprochen, aber ich habe dann eigentlich außer englische Abitur in Deutsch, was eigentlich mit der Sprache nichts zu tun hat, kaum Deutsch gesprochen. und ich merkte, als ich hierher kam, dass ich eigentlich alles verstand, aber mich nicht äußern konnte. Das war sehr merkwürdig. Wir sind in einem multikulturellen Berlin, multisprachlichen, multilingualen Berlin. Wir sind in einem Berlin, was auch manchmal sich nicht richtig zwischen Berlin und einer anderen Stadt entscheiden kann, also Tel Aviv oder Berlin gehen oder bleiben oder vielleicht noch andere Städte oder Goslar oder Berlin gehen oder bleiben. hat das, was wir hier haben, jüdisch, russischsprachig, russischstämmig, vielleicht nicht sprachig, aber russischstämmig, israelischstämmig, englischstämmig, ostdeutschstämmig, hat das hier als diese neue künstlerische Symbiose eine Zukunft oder ist das etwas wie eine Oase oder vielleicht nur der Schein einer Oase dort Widerhall aus den Zwanzigern vielleicht, wird es jemals hier möglich sein, du hast ja gesagt, es wird keine Normalität, keine jüdische Normalität hier geben, aber kann es eine künstlerische jüdische Normalität hier geben, das sind ja zwei unterschiedliche Fragen, man kann ja in solchen Situationen eigentlich ganz viel natürlicher vielleicht sich verwirklichen und vielleicht noch schöner schöpfen, gerade weil man zwischen allen Welten hier steckt. Ich glaube, es muss gar keine Normalität geben, also ich glaube, dass gerade vielleicht dieses Nicht-Normale oder dieses Zwischen-Zwei-Städten-Leben oder Zwischen-Identitäten-Leben oder Zwischen-Kulturen-Leben ist dann auch das, was einen immer wieder ja auch selbst wahnsinnig bereichert und was schön wäre, wenn das hier noch mal mehr verstanden wird, dass gerade sozusagen dieser Konflikt zwischen was auch immer zwei Seiten, die irgendwie nicht zusammenpassen, ein großes Potenzial bietet an Erfahrung und Erkenntnis und auch Mitgefühl quasi, also durch diese sozusagen nicht vereinbaren Seiten und deswegen glaube ich, dass Berlin da schon ganz schön ist und auch ganz besonders für mich ist es jetzt eben so, dass sicherlich noch, also dass quasi beide Städte einfach auch was bieten und dieses Hin und Her etwas noch für mich sozusagen bietet, was ich genießen kann. Also nicht nach Bangkok fliegen, wie am Ende deines Buches, sondern du kannst schon wunderbar zwischen den beiden Städten Man sollte auch noch nach Bangkok fliegen zwischendurch, also nur Berlin und Tel Aviv, das ist glaube ich auch ein bisschen ermüdend, ja. Alexander, du wolltest was sagen? Ja, ich glaube, dass jegliche Grenzen jetzt schon total verschwommen sind und es nicht mehr das normale Jüdischsein geben sollte. Das ist eine Selbstverständlichkeit und genauso ist es eine Selbstverständlichkeit, dass es in der Künste oder in der kulturellen Branche einen Islam gibt. Es ist eh irgendwie durch das, eigentlich durch die Erfindung des Internet, Internet sind alle Grenzen total verschwommen, meiner Meinung nach. Und deswegen ist es, ich habe jetzt von so einem App gehört, das jetzt rausgekommen ist, muss ich kurz sagen, Periscope heißt das, das heißt, dass Leute Live-Aufnahmen, also Live-Videos von sich machen können. Und in dieser App ist die Weltkarte und man kann mit einem Klick sagen, okay, jetzt möchte ich mal kurz nach Südamerika und dann 0,5 Sekunden später, jetzt möchte ich mal kurz nach China und gucken, was die Leute da machen. Deswegen ist das eigentlich für mich schon passiert. Sollen wir auch für jüdische Künstler vielleicht auch, wo man draufklickt und ist man russische Identität, jüdische Identität, deutsche Identität, alle unsere Identitäten aufzählen. Holger, wären das nicht für uns? Ich glaube schon, alleine wenn man über Identitäten spricht oder über das Judentum an sich, das ist schon entlarvend. Wenn wir heute Abend über das Judentum sprechen, meinen wir doch eigentlich nur das Aschkenazische. Also es ist einfach nur ein kleiner Teil des Judentums, worüber wir eigentlich heute auf dem Podium sprechen. Also wäre es selbstverständlich und als ob es wäre es die Norm für das Judentum stecht hin? Ich glaube, dass die nicht-aschkenazischen Juden, die hier sind, die haben wahrscheinlich ähnliche Erfahrungen oder korrigiere mich, wenn ich da... Ich nehme mal an, dass es ganz anders ist. Also ich glaube, dass äthiopische Juden oder eben sephatische Juden eine ganz andere Erfahrung haben. Das stimmt, dass die Mehrheit hier, auch durch die Mehrheit der sowjetischstämmigen Juden natürlich aschkenazisch, aber auch davon... Auf dem Podium nur. Auf dem Podium, genau. Also auf dem Podium sind wir jetzt ein bisschen... Wo ist das Judentum sprechen und wo ist damit eigentlich... Für Culture Day 2016 nehmen wir uns vor, auch einen Sephaden oder einen äthiopischen Juden hierher zu schleppen und unter diesen Umständen weiter zu schmoren. Jetzt aber, Nicola, noch die Frage an dich. Gibt es eine Zukunft? Und wenn ja, wie viele? Absolut, absolut. Ich finde es sehr anregend und ich finde es so anregend, dass die Leute von überall kommen und sich das wirklich hier von der Bevölkerung schön mischt und dass man eine gesunde Mischung hat. Als ich aus London kam, fand ich das hier alles sehr langweilig. Die waren alle so deutsch. Und dann kamen die Türken und wir kamen so ungefähr gleichzeitig. Und ich finde es einfach ganz toll, nach Berlin, durch Berlin zu laufen und die verschiedenen Sprachen zu hören, die Leute zu sehen. Ich finde, Berlin hat eine ganz tolle Zukunft und ist eine wunderbare, aufregende Stadt geworden. Nur muss man das Auge sehr wachsam, offenhalten für Entwicklungen, wirklich sehr, sehr widerliche Entwicklungen, die in diesem Land sind. Und man muss ernsthaft darüber nachdenken, was in den letzten Jahren falsch gelaufen ist, auf einer Bildungsebene und wie das in Zukunft hier weitergeht und wie man vorhat, miteinander umzugehen. Danke, lieber Nikola, dass du uns zurückbringst auf dieses wichtige Thema. Das ist in der Tat besorgniserregend, aber auch die Reaktion von vielen in Deutschland, vielleicht doch in Hoffnungsschema, dass wir viel weiter sind als zu der Zeit, wo wir nach Deutschland kamen, 92, 93, Sollingen, Mölln, da haben wir, glaube ich, schon jetzt auch eine andere Qualität der positiven Reaktion der Deutschen, auch wenn wir natürlich, da wachsam bleiben müssen. Also alle auf diesem Podium, auch Mirna Funk, die zwischen Tel Aviv und Berlin pendelt, sind der Meinung, wir haben eine Zukunft, wir haben eine gemeinsame Zukunft, eine künstlerische und nicht künstlerische jüdische Zukunft in Berlin und das ist doch ein schönes, ein hoffnungsvolles Schlusswort für unsere Runde. Vielen Dank an Sie, die trotz dieser Hitze hier ausgeharrt haben. Jetzt gebe ich das Wort zurück an Christian Römer, der da schon steht und das weitere Programm uns ankündigen wird und herzlichen Dank an alle hier auf dem Podium, die dabei waren. Danke an euch. Danke.